So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Was hat sich denn jetzt aktualisiert? Ach, mein Handy will ja Update machen. Na, dann mach mal. Brauche ich das sowieso jetzt nicht. So. Wie ich es immer so schön schreibe. Mahlzeit. Genau, Mahlzeit. Jawohl. So. Ich wollte ja gestern eigentlich schon eine Runde fahren, aber lassen wir mal. Lots of me see on the plane. Oh, noch kein Event. Schade. Na, eine spontane Tour. So was sind die Vertretensdienste? Äh, die Vertretensdienste, das sind quasi die Reservierten. Also die kann man sich vorher reservieren. Ne? Deswegen. Kriegst du zwar ein bisschen mehr EP, aber... Uff, ne. Ne. Ähm. Weil... Ich gucke jetzt erstmal nach dem Bus. Äh, denn... Ihr seht's, ich hab hier von den... von Morphys, Mercedes-Dinger, hab ich sehr viele X drin, obwohl sie aktualisiert sind. Ich weiß nicht, an was es liegt. Keine Ahnung. Ähm. Geh ich im Singleplayer rein, hab ich sie drin. Tja. Was nun? Das ist komisch. Das ist sehr komisch. So. Aber ich denke, schon. Wollen wir mit Mercedes fahren, oder wollen wir mit was anderem fahren? Eigentlich wollte ich ja in MN New City Line fahren. Drei Türe. Ah, da bist du da schon. Und... Warum nicht? Warum denn nicht? Moment, also Fuhrpark 4, MAN. So. Bevor ich nämlich jetzt da irgendwie hinrennen muss. So, das dürfte Halle 1 sein, ne? Steht auch immer seitlich drauf. Alle 8, 4 also dann hier links schräg rüber. Gut, auch dies haben wir. Oh, schade. 33. 33 heißt 10 Minuten. Ja. Da ist Garage drin. Auch bei mir? Ja, jetzt? Ja. Klar. 2 ist das, gell? Und was die Bus-Emulator 2 genau? Das sind Garage dabei? Ja. Gelenkbus. Was? Das sieht ja realistisch aus. Das ist mal geil. Das ist der einzige. Das ist mal cool. Oh, ein schöner Gelenkbus. Ja, 405er. Schade, dass die in Rieders den Versuch gibt, ne? Die Bus-Mönchen? Nein. Den besitze ich natürlich nicht. Das ist er. Ist es deine eigene Firma dann und da jetzt? oder? Ne, ne, ne. Das ist nicht meine eigene Firma. Das ist ein. Ne, ne, ne. Da müsste ich ein. Da müsste ich ein Premium, äh, Premium sein. So. Ähm. 23.016. Und. 6. So. So. Starten. Öh. Ja, jetzt kommt wieder die. Öh. 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 Dienste. Öh. Läuft aber alles. So. Ich weiß nur, dass ich das Spiel auch mal spiele. Och, was? Weißt du, wie viel Zeit, äh, da rein investiert hab? Bock macht das schon, sag nicht. Das wird mich reizen, um Sybosimulator 2 zu fahren. Warum kommt der jetzt als Fenstermodus? Soll ich da mal einen auf die Nussgäber? Machen wir mal die Eingabegeräte. Ach, guck mal, riecht Hof. Moin, moin. Da kommen ein Oms-Schnackelsche. Gut, fertig. Eines will ich noch machen. Ein bisschen mehr Straßenverkehr da. So. Wie kommt das Ding in Fenstermodus? Ja, wie du da drin bist, auch so bloß ein Haarke bei den Motors. So ein Haarke drin. Okay. Später dann mal umändern. So. Machen wir hier ein bisschen Omsiebos. Muggi. Boah, Städte, Dreieck und Elemental. Die drei Dinger will ich auch noch auf der Platte haben. Jetzt genießen wir halt erstmal mal die Fahrten da. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Amlauf 2316. Abfahrt. So. Ich mache mal weg. Na gut, 150 Route 1. Ja, das war klar. Na gut. So. Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. So, dann ab und aus. Warten. Ach so. 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 Geil, wiii, in die eigene Achse. So, warte, warte, warte mal, kannst du das? So, 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 tja, so, so, ich muss mich noch ein bisschen richtig hin positionieren. Ja, so, 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 Hm. Ich bin gerade überlegen, ob ich den warmen Blinker nicht auf irgendeine Taste hier gelegt habe. Ja, lass dich doch. Hm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wo? Ich guck grad drauf. Ja? Ich hab' ja keine Kamera. Ja. Eigentlich muss ich das, ähm... Das darf nicht im Vollbildmodus... Also soll ein Vollbildmodus laufen, nicht im... ...im normalen Modus. So. Zack, und da fängt's schon an. Das darf nicht passieren. Und die verschwinden nämlich auch bald. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Auf den Pappenkoten. So, Auto-Warnblinker rein, na passt das. Und? Ja. 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 äh, Minus was du auch in den Plus hättest, das wäre dann ein bisschen anders Schumpeterstraße Gesamtschule Düsselberg Gesamtschule 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 Ah, Mann. Also, jetzt finde ich es sowieso komisch, wenn die Fahrplanpriorität höher ist, aber man trotzdem hat so viele Fahrzeuge, unterschiedliche Fahrzeuge gefahren. Es ist wirklich seltsam. Guten Tag. Na ja, das passt ja schon so. Bernauer Platz. So. 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 like. Boah. Pascha. So. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Leibniziger Straße 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 Leibniziger Straße